Ein Auto soll fahren, auch und gerade dann, wenn es mal ungemütlich wird. Dafür aber suchen die OEMs, die Original Equipment Manufacturers, an den entlegensten Orten der Welt die Extreme und sind extrem wählerisch, wer das für sie handelt. IQS hat sich darauf spezialisiert und sieht auf die Branche große Herausforderungen zukommen, denn Digitalisierung verändert auch in dieser Nische alles. Darüber wollen wir reden. Mein Name ist Rack Czepanski, willkommen bei The Business Debate. Marc Oedekhoven, Sie fliegen die Produkte Ihrer Kunden an die entlegensten Orte der Welt. Klingt erstmal nach Abenteuer. Worin besteht für Sie der Reiz? Das ist tatsächlich pures Abenteuer. Heutzutage dreht sich viel um Mobilität, auch um das Automobil. Diese Fahrzeuge wollen getestet werden und so fliegen wir die Fahrzeuge in die teilweise entlegensten Gebiete dieser Welt. Bei minus 20 Grad, plus 50 Grad, bei steilen Hängen, abschüssigen Gelände. Das sind die Gebiete, in die wir fliegen und ich finde, das hört sich stark nach Abenteuer an und gleichzeitig geschieht dies meistens per Luftfracht. Und die Luftfracht ist an sich ein sehr globales Produkt, was uns mit vielen anderen fernen Ländern in Verbindung bringt, mit anderen Kulturen, mit anderen Sprachen. Und darin liegt der besondere Reiz unserer Aufgabe. Nun denke ich mir mal, dass man da nicht einfach einen Linienflug bucht. Wie viel Logistik steckt tatsächlich dahinter? Tatsächlich eine große, eine komplexe Logistikaufgabe, die uns da jedes Mal erwartet. Und in der Tat, einige Linienflüge nutzen wir sogar, um in große Handelszentren dieser Welt zu kommen. Das kann in USA oder China sein für große Autoshows. Und da verladen wir die Fahrzeuge in den Bäuchen von Passagierflugzeugen. Das sind bestimmte Verladetechniken, für die wir teilweise auch ganz exklusiv eingesetzt werden. Natürlich nutzen wir auch die großen Jumbo-Frachter, um eine Vielzahl von Fahrzeugen in ganz weit abgelegene Gebiete zu verbringen. Man sollte doch meinen, dass die OEMs selbst in der Lage sind, solche komplexen Sachen zu organisieren, zumal es um sensible Daten und Informationen geht. Warum tun die das nicht? In der Tat haben wir hier so komplexe logistische Abläufe, dass die OEMs sich in der Regel auf das konzentrieren, was sie selber hervorragend können, nämlich Entwicklung und Bau von Automobilen. Wenn es hier um die Feinheiten von Verladetechniken, von Planung, von bestimmten Verzollungstechniken geht, dann übertragen die OEMs die operativen, aber auch die kaufmännische Verantwortung für die Logistikprozesse lieber an uns. Auch wenn Sie sich nicht auf Ihrem Know-how ausruhen können, welche Entwicklung wird von Ihnen als IQS-Gruppe erwartet? Wie extrem wird das alles noch? Wo geht die Reise hin? Ausruhen bedeutet Stillstand und Stillstand ist in der heutigen sich schnell entwickelnden Welt tödlich. Und so propagierte auch der Eigentümer der IQS-Gruppe, Norbert Wegener, immer wieder die Innovation zu fordern und auch zu fördern. Und genau das ist auch unser Credo, uns selber hier weiterzuentwickeln, technischen Fortschritt mitzunehmen. Wenn wir uns anschauen, wie viele Dinge sich bewegen auf politischer Seite, auf wirtschaftlicher Seite, hier zum Beispiel die steigenden Pro-Kopf-Einkommen, steigende Kaufkraft, aber auch auf soziokultureller und vor allen Dingen technischer Seite, dann wird es schon ziemlich extrem genannt sein hier. Der 3D-Druck oder auch die Digitalisierung, die auch in unserer Branche nicht nur Halt macht, sondern die wir auch pushen und fördern. Auch die Elektromobilität wirbelt die Branche gehörig auf. Gleichzeitig verlangt sie aber auch neue Formen der Logistik. Welche Schwierigkeiten zeichnen sich da aus Ihrer Sicht ab? Fast alle führenden OEMs haben Elektromobilität ganz oben auf ihrer Agenda. Wir hören von Modellreihen, die vollständig durch elektrifiziert werden sollen, was so viel heißt, dass das Fraunhofer-Institut inzwischen sogar ausgerechnet hat, dass wir mit einem Wachstum von mehr als 600 Prozent in den nächsten fünf Jahren zu rechnen haben. Gleichzeitig werden 80 Prozent der Lithium-Ionen-Batterien in Fernost hergestellt. Und parallel dazu stellen wir fest, dass bestimmte Reedereien, aber auch Luftfahrtgesellschaften gar nicht diese Produkte von Fernost nach hier transportieren können. Das heißt, mit anderen Worten, der Elektromobilität ist hier ein Riegel vorgeschoben, zumindestens was deren rasante Entwicklung angeht. Das heißt, wer ist in der Pflicht, um diese Rahmenbedingungen zu ändern? Alle an der Logistikkette Beteiligten, allen voran die Logistikerspediteure, Fuhrunternehmer, die Luftfrachtgesellschaften und die Reedereien, aber auch Verbände und die Politik, die den legalen Rahmen setzt. Und mit Politik ist hier nicht nur die nationale Politik gemeint, sondern es muss hier einen globalen Rahmen geben, der sicherstellt, dass konzertiert an einem Strang gezogen werden kann, damit Gesetze, damit Sicherheitsbestimmungen und damit auch Zertifizierungen weltweit einheitlich gestaltet sind. Abschließend, wie bequem ist es in der Nische, in der Sie tätig sind? Bequemlichkeit bedeutet für einen Unternehmer immer das Aufhören, Unternehmer zu sein. Und wir stellen fest, dass wir uns täglich weiterentwickeln wollen und auch müssen. Wir wollen Innovationen selber gestalten und nicht von Innovationen gestaltet werden. Wir wollen Veränderungen selber treiben und nicht von der Veränderung getrieben werden. Gerade beispielsweise, was das Thema Digitalisierung angeht. Und das machen wir zusammen mit unseren Mitarbeitern, die hier im Übrigen nicht immer nur digital, sondern auch noch ganz analog ihr Know-how an den Mann bringen. Und mit Bequemlichkeit hat das nichts zu tun. Marc Oetekhofen, vielen Dank für Ihren Blick aufs Business und wir sehen uns wieder bei der nächsten Business-Debate. Bis dahin.